Dann machen wir mal... Fertig. Ah, jetzt noch so ein Turm. Ein paar Viecher. Ah, boah. Ich kann nichts mehr aufheben. Oh, jetzt noch runter. Ah ja, das Schwellwesen. Okay. Komm mal los. Das reicht der Schatten. Ja, Viecher. Ein Gepäck ist voll. Oh, kämpft er jetzt mit? Oh, 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 oh. Irgendwas haben wir von den Gammeln. Aber Taumpo, das kann man jederzeit... Ich hoffe, man darf dabei nur nicht unterbrochen werden. Kloppte, kloppte! Ich bin der Heist. Gott, Werwolf, alter! Mehr Wucht! Bortig! Wucht, Bocher? Oh, die prügeln auf mir ein. Ich brauche mehr Zeit. Wow wow wow. Warte, ich muss erst zurück in die Stadt. Ich habe so viel Scheiße. Ja. Umfänger ey. Falscher Klick ist sofort zurückgegangen. Jawohl. Scheiße ey. Wow. Eine Hose mit 27 Stärke. Ich habe sie gar nicht gesehen. Jetzt ziehe ich direkt an. Fett. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr tot seid. Nichts Persönliches. Tschüss. Aber ganz vorsichtig mit dem verkaufen. Hehehe. Den Würfel werde ich denke ich behalten. Wenn wir mal ein Juwelier aufleveln. Ja, den Upgrade hast du direkt. Der ist jetzt Level 3. Ja, das ist ja cool. So viel Zeug habe ich hier wieder. Ah, die Würfel. Der Würfel. Ah, die 2. 2 war aber fertig. Jo, das... Das ist 2. Und das ist 3. Und jetzt braucht der Material hier noch dafür. Seite eines Juwelschmied... ...Lehrwerks. Kann er jetzt herstellen? Wow. Was braucht der denn für einen makellosen Rubin? Edelstein. Und für einen Rubin? Edelstein. Steht doch da dran. Drei Rubine. Ne, damit kann ich ihm nur nicht dienen. Fertig? Ja. Müssen wir den Körper von dem finden. Was der alles haben will, ne? Blut, Körper... Plötzlich Zusammenschuss da noch. Mal einfach. Ja, ist nicht umsonst Kriecher, ey. Kannst du ein Kriecher? Überhaupt schon. Ne, Pirscher. Schattenpirscher. Das sind die Was Man hat das gesagt? Das hat es mir gemacht. Das haben wir zuerst sehr gut genommen. Man mano in Englisch. Sieht ihr das? Ja, das ist doch. Das ist doch gar nicht. Nein, wirklich. Ja, du hast ja gar nicht in Ruhe. Was ist das denn? Das ist doch einfach nicht. Ja. Jetzt lebt er immer noch weit. Yo, ist das wem, ob sie wieder da sind. Jao, gekillt. Gebt dich, die ganzen Viecher da immer. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Sie können diese Aktion nicht ausführen, während sie einer Gruppe beitreten. Das ist ein Fehler, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Alter. Aha. Ja, ich kann nicht. Ich gehe in die Geassgruppe raus, setze im Spielball bei mir. Jetzt ist Fehler 2007 aufgetreten und ich bin rausgeflogen. Guck mal, ob ich mich nochmal einloggen kann. Ja. Ja. What the fuck ey. Ladeheldenliste, neu ist noch nie drin. Ich bin raus. Ja, super ey. Ich will das Spiel da wieder reinmachen, Flick raus. Entschuldigung, beide rein. Mach mal DND weg. Ja, mit DND nichts zu tun, ich muss die Option, aber... Nein. Du musst, äh, andere von. Ach so, ja, ja. Maybe einfach nicht weiter unter Und dann ist noch besser. Das wirdựf werden, sagt. Meist immer weitergelassen.